Hallo Leute, weiter geht's bei Megaman X. Nun sind wir bereit, es mit diesem Gesicht da, mit Sigma aufzunehmen. Los geht's. Und wir haben jetzt den Hadoken. Und der Hadoken ist, glaube ich, scheinbar... Ich hab den noch nie verwendet. Wie gesagt, ich hab das Spiel auch noch nie gespielt. Was ist jetzt? Lass uns aufteilen. Ich werde zuerst gehen und... Ja, du kannst dich dann reinschleichen. Sei vorsichtig. Okay, wir sind in Ordnung. Yeah. Ja, ich glaub, diese Attacke, die ist... Instant Kill für ziemlich alle Gegner, glaube ich. Das könnt ihr nicht gleich mal testen. Wenn irgendwo ein cooler Gegner da ist. Aber man muss von der Gesundheit haben und... Ah, shit. Ich kann den, glaube ich, nicht in der Luft ausführen. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, toll. Moment, wir testen's. Nee, jetzt geht's bei der Ziele nicht mehr. Aber es sollte ja kein Problem sein. Energie sollten wir ja genug finden. Wir werden ja bestimmt noch mal gegen alle acht Robo-Master kämpfen müssen. Und, ähm, ja. Es gibt ja wirklich die, die können gar nichts. Wenn man ihre Schwäche besitzt, ja. Und da würde ich das gerne mal austesten. Äh, Verzeihung? Die wollte gerade nicht down gehen. Oh nein, sowas hier. Oh na, oh was. Ja, genau. Dich kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen hier, du Dinges, du. Moment, ich würde gerne meinen Torpedos haben. Auf jeden Fall, dass mich, äh, jemand, ja, ärgern will. So, dann, da hoch. Verschwinde. Ja, okay, verstehe. Frittiert mich gerade ein bisschen. Ich erkenne nicht, wann sie... Du dummes Ding. Hau ab. Ja, genau. Nein. Das ist doch unfair mit diesen Teilen hier. Das ist wirklich unfair. Na, wenn man springt, dann kommen die. Hau ab jetzt. Nein. Das war zu biskant. Wir machen hier noch mal. Solche Passagen. Ja, ich liebe sie ja. Hau jetzt ab. Nein. Müssen wir jetzt da hochkommen. Nein, lass mich in Ruhe. Scheiße hier. So, hab ich's geschafft. Ich hoffe doch. Ist da oben vielleicht noch etwas Geheimes? Ich hoffe nicht. Äh, wisst ihr was? Ich lade jetzt das auf. So. Dann hätte ich gerne ein bisschen Energie, weil, wie gesagt, ich möchte Adoken aus Tessen. Leben ist natürlich auch cool. So was brauche ich, genau. So ein Gegner wäre stark, mit Adoken zu besiegen. Nein. Ach, komm. Ich möchte jetzt ein bisschen Leben farmen. Ehrlich gesagt. Und der Gegner kommt natürlich wieder nicht mehr. Toll. Na ja, ich dachte, der kommt noch mal. Kann ich den cool mit dem Adoken besiegen? Aber nein, natürlich nicht. Wie wär's mit? Oh. Was bist du? Oh, der Typ da. Den kennen wir doch noch. Bleib zurück, X. Ich übernehme den Typen. Äh, okay. Sei vorsichtig. So. Kann ich doch irgendwie volle Heilung bekommen oder so? Doch, kann ich bestimmt. Äh, ist nicht die Heilung, die ich sehen wollte. Wir können uns ja eigentlich Zeit lassen, nicht wahr? X macht das schon. Geh runter. Äh, X sag ich schon. Hier. Zero. Oh, sehr schön. Nochmal. Nein, nein. Oh Gott. Ist nicht so ganz zuverlässig, das alles. Naja. Wir würden schon schief gehen. Okay, keine Heilung mehr für uns. Ist ja gut, ist ja gut. Vielleicht sind euch noch was? Nein, okay. Egal. Ich habe jetzt sogar noch Subtanks, nicht wahr? Vielleicht sollte ich das einsetzen. So. Ähm. Das klang nicht so gut und jetzt ist die Musik weg. Ich lade meinen Buster auf. Was ist da hinter dieser Tür gerade passiert? Äh, Zero? Er hat Zero in seiner Gewalt. Was, 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 was? Oh nein. Äh, hör nicht zu, Mega Man. Äh, ja. Nehm keine Rücksicht auf mich. Ja, der Typ hat bestimmt etwas gelabt. Wegen der Höhe, ich habe jetzt Zero. Also tu, was ich dir sage. Träume weiter, Zero. X kann mich nicht besiegen. Äh, meine... Was? Meine Rüstung ist viel zu stark für seine, für seine Waffentechnik. Uh. Den hätte ich jetzt gerne besiegt, so. Au. Au. Ich kann nicht mehr dashen. Au. Das gibt's doch nicht. Der Typ, ja. Ich weiss nicht, wie ich den besiegen sollte, so. Einfach so, der macht mir viel zu viel Damage und kommt viel zu nah dran. Seht ihr das? Moment. Neh mir so einen Tank hier. Fertig, das habe ich die Scheisse, ja. Ach so, das musste so passieren, oder? Wie beim letzten Mal schon. Oh, Zero! Stark, er ist frei. Vielleicht. Aber ich bin doch nicht besiegt. Zero? Was machst du da? Äh. Sprengt sich Zero gerade in die Luft? Das sah für mich gerade so aus und... Oh, da sieht einer an. Äh. Ich kann nicht einfach besiegt werden, was für eine wortlose Aktion das war, ne? So, X. Jetzt heißt es nur noch du und ich. Okay. Ich könnte jetzt mit nachher Token besiegen. Was zum... Wo hast du gerade die Energie herbekommen, hä? Es ist aber egal, wie viel Energie du absorbierst, X. Du bist so weit gegangen. Mach dich bereit, äh, terminiert zu werden. Okay. Jetzt hast du eine Lebensleistung. Das ist ja schön. Ich muss mal sehen, was er macht. Hü! Wie viel Energie, ich ihn einfach nur abziehe mit einem Schuss. Ja, es geht zwar, ne? Es geht zwar, ne? Okay, der kann nix. Der kann nix. Außer das. Das kann er. Moment. Ja, ist ja gut jetzt. Moment, ich will jetzt was testen. Ich möchte jetzt einen Hadouken machen. Nein, hat wieder nicht geklappt. Wieso klappt das nicht? Nein, ich möchte ihn einsetzen. Ich weiß, es ist Verschwendung, aber was soll's. Ich bin zu dumm dafür, ne? Testen wir das bei einem anderen Gegner, ja. Der geht ja. Gott, was soll die Scheiße? So, das war's. Ja, es war ziemlich Verschwendung von Energie, aber mein Gott. Ich wollte meinen Hadouken austesten, aber ich war zu dumm dafür. Was soll's. Aber was ist jetzt mit Zero? Oh, ich kann mich bewegen. Zero ist... Oh, kaputt. Ja, der Roboter blutet. Ist das normal? Nix. Ich hab zu viel Schaden genommen. Äh, selbst meine Autoreparatursysteme können das nicht wiederherstellen. Meine Power ist so gut wie weg. Deine Power ist größer, als ich dachte. Vielleicht kannst du Sigma tatsächlich zerstören. Ja, vielleicht. Aber... Hm. Und weg ist er. Und... Warte, Moment. Die Stage geht noch weiter. Warum? Hm, toll. Moment. Nee, ich hatte keinen Hadouken mehr. Was sind das für Bounce-Teile da? So, erstmal Energie hier. Geh mir voller Energie. Ach, du Haufen Scheisse. Mach was. Toll. Toll. Klappt ja schon sehr gut. Dann geht er nicht kaputt. Weil ich sie nicht wirklich treffen kann, oder? Ja, hat sie denn die falsche Richtung ge... Ferns hier so kaputt. So, ich mach das Ding jetzt kaputt. Der weicht da immer aus. Nein. Aber der kann auch schiessen. Ach ja. Ist ja schön. So geht das. Nee, jetzt ist das Ding wieder da. Toll. So. Es ist... Warum ist das Ding immer wieder da? Toll. Das Ding bestimmt wieder über mir, oder? Moment, das machen wir so. Ha! Äh, hat nicht geklappt. Äh. Ja, der Typ, bitte. Wenn die nicht weggehen, der ist immer da. Ja, klar. Dann da rüber. Was ist denn hier gerade? Ich hab ja Homing-Zeugs, ne? Was ist das für ein... ...nachkommen? Jetzt müssen wir hier wieder abdashen, irgendwie, ne? Wie komm ich denn da rüber? Das ist doch mal eine dumme Stelle hier, ne? Ja. Wie soll ich da rüberkommen jetzt aktuell gerade? Das reicht nicht. So auch nicht, oder? Hm. Ne, das reicht nicht. Es ist irgendwie sinnvoll, da rüberkommen. Ich kann ja nicht mal was tun, so. Seht ihr? Das ist doch ein Witz. Was? Ich muss darüber dashen, irgendwie, aber... Was sollten wir gerade? Lass mich jetzt mal in Ruhe, du. Er hält sich da nicht fest. Wie wäre ich denn zuvor da rübergekommen? Wie, beseh' ich grad irgendwas? Moment, jetzt! Gott! Was soll die Scheiße hier? Ne, ich... Wie komm ich darüber sinnvoll? Wie kann ich's von der Wand abdashen? Wie? Was ist das? Was ist das? Jetzt ist da ein Leben in der Wand gesporen. Das ist ja klasse hier. Oh, es klappt doch. So. Jetzt machen wir so. Es klappt nicht. Na. Ist das gerade die dümmste Stelle der Welt? Ist das gerade die dümmste Stelle der Welt? Warum klappt das nicht? Warum klappt das nicht? Warum klappt das nicht? Wieso komm ich nicht darüber? Nee, der Sprung, der klappt nicht. Oh Gott. So, und jetzt sterbt alle. Du musst einfach nur irgendwie der... Ist gut, jetzt einfach nur da rüberkommen. Nein! Oh Gott. Der Rest den Schaden ist mir egal. Ist mir jetzt egal, sowas von. Nein! Halt dich fest! Nein! Ich sterbe gleich hier. Ich sterbe echt gleich. Wenn ich jetzt hier nochmal runterfalle... Ja, dann... Wie viele von diesen Gegnern kommen denn bitte? Vielleicht kann ich so ein bisschen AG farben, ja. Ja. Ja, aber so nicht. So nicht. So schon zwei von diesen Dingern. Ist ja spaßig. Energie vielleicht? Bin auch nicht ganz sicher, wie ich da rüberkommen sollte. Energie. Toll. Ich habe noch einen Energietank. Wisst ihr was? Leckt mich. Slides, das ist für eine Kackstelle hier. Mein Gott. Der ist die Stelle im ganzen Spiel. Was jetzt? Oh, der Typ da. Oh, der Typ da. Moment, der kann eigentlich nichts. Der kann eigentlich nichts, ja. Außer... Das. Moment, ich... Ich bin doch so dumm. Ich habe seine Schwäche, ja. So aufpassen, dass er sich nicht bewegen kann. Nein! Lass los! Ich habe nicht mehr viel Energie. Doch gut. Schliab, danke. Komm jetzt direkt alle acht Robo Master. Ich hoffe ja nicht. Seht ihr, Megaman atmet. Er ist total am Arsch. Und Stage geht... Noch weit! Was? Warum geht die Stage noch weiter? Nur mal so, ja. Oh, hier kann ich ein bisschen Zeugs aufladen, glaube ich. Au, was habe ich jetzt erwischt? Danke. Hier kann ich so ein bisschen aufladen, ja. Kleines bisschen. Ein bisschen sehr viel. Danke, danke, danke. Ihr seid so gütig. Die MeToo ist ein bisschen störend. Das war sehr klein da unten. Was ist denn hier gerade alles los? Ich sage es euch, der MeToo, ja. Das ist der schlimmste Typ hier. Alter, das ist doch nicht normal hier. Ist doch mal gut hier. Es sind einfach zu viele Gegner auf einmal hier. Auf dem Bild. Du gehst weg. So, nicht zu viel gleichzeitig sporen lassen hier, ne? So, jetzt bin ich wieder voll. So. Den nehme ich jetzt mit. Hm, ich fülle das auf. Brauch's ja vielleicht noch. Brauch's ja vielleicht noch. Oh. Das nehme ich sehr gerne. Das auch. Das auch. Das auch. Oh mein Gott. Ihr seid so gütig seid ihr. Oh nein. Der nächste Bosskampf. Jetzt verliebe ich wieder meine ganze Energie, ja. Ich verliebe wieder meine komplette Energie. Muss ich noch was aufladen? Ich lade noch das auf. So. Ich möchte voll sein. Kommt der Typ da oben links? Da oben rechts nicht mehr oder was? Jetzt bin ich voll. So. Weg da. Natürlich wurde ich noch erwischt. Egal. Haufen Scheiße. Ich denke schon ganz schön lange kann das sein. Was kommt denn jetzt? Nächster Robo Master oder was? Was ist das hier für ein Konstrukt? Eine Sp... Oh ich. Ich glaube ich verstehe. Aha. 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 Solche Spiele, ja. Hier sollte ich safe sein. Okay, ich verstehe. Muss mir ein bisschen gut sein. Äh Moment. Ich werde mal eine Waffe testen. Kann ja nicht so angehen, dass ich keinen Schaden mache. Nee. Darüber. Kein Schaden. Nehmen wir diesen Sting hier. Das ist cool. War das gut? Ich habe es nicht gesehen. Das war dumm von mir. Ich dachte ich hätte es richtig gesehen. Oh nein. Das war auch dumm. Auch das war ultra fies. Bin ich gerade zu dumm? Das sehen zu können? Das macht kein Schaden. Nehmen wir den Shields. Ich halte relativ viel aus, ne? Toll. Das war auch nicht gut, oder? Oh, Feuer. Da ist doch... Oh, der... Das Vieh macht noch mehr. Feuer macht auch nichts. Sturm. Toll. Habt ihr gehört? Ding, ding, ding. Macht nichts. Stimmt, der Cutter. Das macht auch nichts. Dann der Cutter. Ich will jetzt austesten, was die Schwäche ist. Das war auch nichts, glaube ich. Vielleicht ist es Eis. Vielleicht ist es wirklich Eis. Nee, ich glaube das bringt alles nichts. Machen wir es richtig. Mit dem Mega-Buster. Gott. Nee, komm ich habe ein neues Leben. Besiege mich, komm. Besiege mich. Wenn das Spiel nicht mal die Schwäche hat, dann... Ist ein bisschen unfair. Ich hoffe, ich muss den Robo-Master nicht nochmal besiegen. Aber es sieht nicht so aus. Nee, ich glaube mit dem Mega-Buster mache ich am meisten Damage. Ist eigentlich auch überschaubar theoretisch. Auch wenn ich teilweise ein bisschen dumm bin. Boom. Äh. Nur wenn das Auge offen ist scheinbar. Ja. Ich bin wirklich zu dumm, ja. Ja, ich glaube so mache ich am meisten Damage. Das geht zwar. Nicht so viel. Dann gehe ich da rüber. Und schieße. Boom. Ja, kein Problem. Easy. Dumm, dumm, dumm. Ich wollte die kleinen Viecher loswerden. Jetzt kommen nur noch kleine Viecher, oder was? So. Ja, ich habe jetzt sehr viel Energie. Ja, da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Aber treffen muss ich denn doch noch, ja. Shit. Nee, war in Ordnung, war in Ordnung. Habe ich wieder nicht getroffen. Ich habe getroffen, aber nur kurz. Bin ich hier sicher. Das war guter Schaden, glaube ich. Ja. Sehr schön. Ich sage gerade nicht aktuell zu viel, ja. Ich sehe sie ein, aber ein bisschen konzentrieren muss ich mich doch. Der Vater dauert ganz schön lange. Ich weiß nur, weil es so lange Stages sind, aber so. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Guck mal, immer schneller kann das sein. Ist aber gleich down. List. Ich muss ja auch nicht unbedingt irgendwo auf der Seite stehen. Verdammt nochmal. Ich bin grad echt zu dumm. Ach komm. Ach, das darf nicht wahr sein. Diese Drecksviecher. Nein, natürlich. Nö, 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 nö. So nicht. So nicht. Das ist mir denn jetzt wirklich zu dumm. Gut, ich werde nicht mehr getroffen, aber... Ich wollte gar nicht komplett gehalten. Mein Tank war gar nicht komplett voll, ja. So, sag gute Nacht, du dummes Vieh. Die Spinne war leicht, aber ich habe mich trotzdem dumm angestellt, ja. Dann hat Oken rein zu hauen, das wäre bestimmt heftig gewesen, ja. Wie dem auch sei, erste Sigma Stage. Geschafft. War nicht gut, aber war okay. Gut, und dann wird es einfach so weitergehen. Aber nicht mehr heute, für heute war es das mit Mega Man X. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!